Du hast wahrscheinlich von dem neuen eSIM-Standard gehört, mit dem du immer den besten Tarif online finden und direkt auf dein Smartphone herunterladen kannst. Du möchtest unbedingt eSIM haben, aber dein Smartphone unterstützt es nicht. Nicht nur deins, sondern die meisten, auch neuesten Smartphones von heute unterstützen kein eSIM. Der Kauf eines neuen Smartphones, das auch eSIM unterstützt, wäre nicht nur sehr teuer, sondern auch nicht nachhaltig für die Umwelt. Wäre es nicht großartig, dein vorhandenes Smartphone für einen Bruchteil der Kosten mit eSIM auszustatten? Und gleichzeitig deinem Geldbeutel und der Umwelt Gutes zu tun? Wir stellen vor eSIM.me, die weltweit erste eSIM-Karte, mit dem das Upgrade auf eSIM so einfach wie das Wechseln einer SIM-Karte ist. Tausche einfach deine vorhandene SIM-Karte gegen eSIM.me aus. Lade die kostenlose App aus dem Playstore herunter und lade SIM-Karten direkt online herunter, indem du einfach QR-Codes scannst. So einfach ist das! Bestelle noch heute deine eSIM-Karte bei eSIM.me und werde Teil der eSIM-Revolution. Anstimentexis.me und Third Upgrade. Stuhl-Karte. Look at See you next time! Sconeys.me But this is $100.me.me. To the